Anna! Deine Frage, ob ich die Absicht habe, dich wiederzusehen, ist sehr dummer, du Fratz. Natürlich werde ich dich in Bayreuth zunächst aufsuchen und dann in Hamburg und überall, wo du nur sein wirst, Scharferl. Vergiss nur nie, dass Korrektheit die Seele der Kunstleistung ist. Du neigst dir ein wenig zur Schlamperei und jetzt wird keiner mehr da sein, der dich zur rechten Zeit ausschimpft, lieber Kerl. Ewig Geliebte, leb wohl, ich küsse dich tausend, tausend Mal.